Liebe Leute, freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute kleine, kleine Rückblick-Story, sage ich jetzt mal, zu der gestrigen Keynote am 10. September 2013. Ich möchte jetzt einmal mit euch hier einmal nochmal Revue passieren lassen, was jetzt so gestern alles angekündigt worden ist, was meine persönliche Meinung dazu ist und vielleicht auch, was eure persönliche Meinung dann später in den Comments dazu ist. Ja, ich befinde mich hier gerade auf der Apple.com-Seite. Wir sehen es ja schon, hier fliegen alle Neuerungen eigentlich schon durch diesen Slider einmal hindurch. Wir sehen das iPhone 5S, wir sehen iOS 7, wir sehen iTunes Radio, wir sehen auch das iPhone 5C, was gestern angekündigt worden ist und viele Neuerungen. Ja, ich denke mal, kurz vorweg erstmal zu iOS 7. iOS 7, das ist ja schon länger jetzt in der Developer-Preview natürlich schon von Entwicklern genutzt worden und von daher nichts Sensationelles mehr gewesen, dass das gestern angekündigt worden ist. Es erscheint ja am 18. September zum Download und ich denke mal, das hatte Apple jetzt auch nötig, da mal einen neuen Schwung reinzubringen, weil, ich sag mal so, das alte Betriebssystem, beziehungsweise nicht das alte, das alte iOS-Design hatte seine Berechtigung, aber es musste jetzt einfach mal das frisches Neues her und ich denke mal, mit dem neuen Flat-Design trifft da Apple schon die Stimmung der aktuellen Nutzerschaft. Ja, was ist noch hinzugekommen? iTunes Radio, ja, schicke Geschichte, denke ich mal, muss man mal ausprobieren, kommt, glaube auch so zum 20. September. Ich benutze aktuell Spotify, bin sehr zufrieden mit Spotify, muss ich mal gucken, wie preislich das ausschaut da und was für verschiedene Interpreten vertreten sind. Davon mache ich das eher abhängig, ob ich jetzt auch diesen Service vielleicht zudem nutze oder dahin wechsle, das ergibt sich dann alles. Ja, ich denke mal zu dem spannenden Thema, also was heißt spannend, es ging ja, denke ich mal, in der Keynote hauptsächlich um das neue iPhone 5C und das neue iPhone 5S. Ich habe hier auch einmal die Compare-Seite, also die Vergleichsseite, aufgerufen, was man jetzt für aktuell noch für Modelle erwerben kann. Da haben wir einmal das iPhone 5S, was sozusagen ab dem 20. September hier in Deutschland erhältlich ist. Das iPhone 5C, was schon bereits ab 13. September erhältlich ist. Und das iPhone 4S, gut, das ist ja jetzt auch schon zwei Jahre alt, das Gerät, und ist immer noch erhältlich. Wo sind jetzt die Anreize? Es wurde ja immer viel von Einsteiger-iPhone gesprochen und iPhone 5C ist dann das neue Billig-iPhone. Und ja, also ich sage mal so, es soll natürlich so ein bisschen den Touch mitbringen, das ist ein Einsteiger-iPhone, ist das iPhone 5C. Preislich gesehen würde ich aber sagen, ist das überhaupt kein Einsteiger-iPhone. Ich würde mal sagen, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt mal ein iPhone haben, ich kenne das noch nicht, möchte noch nicht so viel Geld für investieren, dann würde ich behaupten, macht das iPhone 4S mehr Sinn, sich dieses Gerät zuzulegen, als dann ein iPhone 5C sich zu bestellen in einem Vertrag oder dann halt auch ohne Vertrag für 599 Dollar. Von daher sage ich mal, iPhone 5C hat in dem Sinne eher das aktuelle, beziehungsweise was nicht mehr erhältliche iPhone 5 ersetzt, mit trendigen Farben, Plastikhülle drumherum, aber als reines Einsteiger-iPhone, wo beispielsweise Apple jetzt Konkurrenz zu Samsung und Android-Phones mitmachen könnte, preislich gesehen würde ich dieses jetzt nicht sehen. Gut, vielleicht kurz zum Vergleich nochmal, iPhone 4S denke ich mal, Neuerungen, damals war Siri, was natürlich on board ist. Ich denke mal, deswegen wird das iPhone 4 natürlich jetzt auch rausgeschmissen worden sein, kein Siri dabei, noch alle alte Dock-Connector natürlich dran und deswegen sich jetzt hier auf diese drei Modelle bezogen. Ich finde es schade, dass jetzt das iPhone 5 rausgeflogen ist. Ich besitze noch so eins, bin damit sehr zufrieden. Ich sage mal, ich hätte jetzt jemand, der jetzt sagt, er möchte nicht so viel Geld für das iPhone 5S ausgeben, die 699 Dollar, die es ohne Vertrag kostet, und sagt, ich möchte lieber schon einen 5er haben, aber jetzt nicht das teuerste, der kriegt jetzt noch eins mit Plastikhülle. Gut, Plastikhülle ist so billig dahergesagt. Ich sage mal, das hat schon auf jeden Fall Qualität. Es sieht ja auch schick aus, besonders in Kombination mit den verschiedenen Cases, die Apple jetzt auch dazu anbietet, dass man dann verschiedene Farben, die dann so eine Lochstruktur haben, wo dann die Farbe vom Case wieder durchschimmert und dann wieder die vom iPhone. Schöne Kombination, gucken wir uns gleich auch noch mal kurz an. Sage ich mal, fehlt es hier ein bisschen. Die Meinungen spalten sich auch zudem bei dem iPhone 5S ein wenig zu der Farbkollektion. Es gibt natürlich noch das Standard Schwarze, was es auch in der iPhone 5 Variante gab. Gold, Silber ist hinzugekommen. Ich sage mal so, wird sich zeigen, wie sich das etabliert, dass diese Farben, ob das angenommen wird. Und ich sage mal, es ist auf jeden Fall ein gewagter Schritt. Aber ich denke mal, es ist schon mal ganz schön, dem Nutzer auch eine Variation, eine Auswahlmöglichkeit zu bieten und nicht immer zu sagen, so, hier ist das iPhone in der Farbe, nehme es oder stirb. Und so auch mit dem iPhone 5S ein bisschen locker, farbig rein, so ein bisschen aus der iPod-Touch-Szene herausgegriffen. Und ich sage mal, ist nicht verkehrt. Einziges großer Kritikpunkt von mir, preislich gesehen, sage ich mal, 599 Dollar für das iPhone 5C. Ich hätte erwartet, dass es ein bisschen niedriger liegt. Von mir aus auch mit einem schlechteren Prozessor, was vielleicht sich mehr in iPhone 4S-Richtung tendiert. Und vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht keine super, mega geile Kamera oder vielleicht fehlt eine Kamera auf irgendeiner Seite. Damit wäre ich lieber zufrieden gewesen, wenn hier ein bisschen abgespeckt worden wäre und dafür das Gerät vielleicht dann für 299 Dollar angeboten werden würde. Gut, aber wir sind hier nun bei Apple. Wir sind das ja eigentlich gewohnt auch alle und zahlen ja auch gerne alle dafür. Deswegen einmal weiter im Text. Wir gucken hier mal durch, was es hier vom Datenblatt her für Daten für uns gibt. Gut, das hier, denke ich mal, ist bekannt. iPhone 510, verschiedene Farbvarianten. Das iPhone 5S in Silber, Gold und Spice Grey und das alte iPhone 4S in Black & White. Ja, zu den Größen natürlich. Wir haben bei dem alten iPhone 4S, sage ich mal, noch das kleine Display und bei dem neuen, genauso auch wie bei dem iPhone S und C, natürlich das neue große 4 Zoll Display. Von daher schicke Geschichte. Ich denke mal, ich habe ja mit meinem iPhone 5 auch schon das große Display und ich sage mal, ich hatte vorher das iPhone 4, von daher habe ich einen ganz guten Vergleich und ich muss mal wirklich sagen, das war wirklich eine gute Neuerung. Das heißt, ich persönlich würde mir kein iPhone 4S mehr holen wollen, auch wenn es natürlich preislich für Einsteiger viel, viel attraktiver ist als das iPhone 5C. Prozessor-Technisch hat sich ja auch recht viel getan. Gut, iPhone 4S mit dem 5er, das C mit dem 6er und natürlich das Schlachtschiff, das neue S mit dem 7er A7-Prozessor und dazu noch sozusagen einen M7, der hinzugefügt worden ist, der wirklich nur dafür da ist, Gesten auszuwerten, Geolocations, Daten zu verarbeiten und all diese Prozesse, die sozusagen auch immer den Hauptprozessor sonst belastet haben, dem A7 wegzunehmen. Finde ich ganz gut, ist eine ganz gute Ressourcenaufteilung, schicke Neuerung. Gut, hier sind natürlich die verschiedenen Anbieter, verschiedene Provider, die das Gerät zu Anfang jetzt unterstützen. Hier natürlich die drei großen aus Amerika und T-Mobile aktuell, wie es doch so immer auch war, nur in Deutschland aktuell vertreten. Ich denke mal, es wird natürlich nach einiger Zeit auch wieder Vodafone hinzukommen, aber aktuell wird es nur über T-Mobile vertreten. Ja, man kann natürlich das Gerät direkt auch ohne Vertrag erwerben. Um jetzt vielleicht auch nochmal auf die Preise hinzuzukommen, muss ich natürlich sagen, ich sage mal, das iPhone 5C mit 599 Dollar, sage ich mal, ist schon ein gutes Stück Geld. iPhone 5S mit 699 Dollar in der kleinsten Variante, sage ich mal, wenn ich jetzt schon so viel Geld für ein Smartphone investiere in der Richtung, dann sage ich mal, sind mir die 100 Dollar dann auch egal. Das heißt, da würde ich mir dann direkt das iPhone 5S holen, wenn ich jetzt ein neues bräuchte. Gut, jetzt gehen wir hier zu den Daten her. Hier ist eigentlich kein großer Unterschied. Wir haben natürlich überall die neuesten Techniken von der Wi-Fi-Übertragung. Hier ist wirklich ein schicker Standard drin, das alles auf 2.4 GHz oder 5 GHz getaktet und von daher eine schicke Sache. Was das iPhone 5S natürlich noch heraussticht, ist der Touch-Sensor, Touch-ID nennt sich das. Ich scrolle mal hoch, das sieht man jetzt auf dem Bild hier nicht besonders gut, aber hier bei dem Home-Button ist sozusagen ein kleiner Metallring, kann man sagen, eingelassen, wo ich mit dem Finger draufdrücke und dann erkennt er automatisch, dass beispielsweise ich jetzt der rechtmäßige Besitzer bin, jetzt dieses Gerät entsperren kann oder beispielsweise auch bei iTunes jetzt was einkaufen darf. Jetzt für alle, die sagen, oh, oh, dann muss ich ja immer meinen Mann oder meine Frau fragen, wenn ich da irgendwie das Handy mal entsperren will. Keine Panik, man kann auch mehrere Fingerabdrücke hinterlegen, somit, dass man beispielsweise jetzt auch der Partner das Gerät entsperren kann bei Bedarf. Ihr seht es, hier ist so ein kleiner Glanzring drin, beim Home-Button und das fehlt natürlich bei dem iPhone 5C und bei dem S natürlich auch. So, jetzt gehen wir mal weiter runter. Gut, Display-Resolution ist hier gleich geblieben, hier mit dem 4-Inch, also 4 Zoll und dem 3,5 bei dem alten. Ich sag mal, das ist wirklich eine Geschichte, wo ich sagen muss, das ist eine Top-Neuerung gewesen. Kameratechnisch hat sich natürlich hier auch bei dem iPhone 5S was getan. Da haben wir jetzt eine größere Brennweite und somit haben wir mehr Fläche, die abgedeckt werden kann und die Bilder, die Pixel werden größer und schärfer. Das hat das iPhone 5C und 4S natürlich nicht. Ich sag mal so, ja, ist okay. So, Burst-Mode vielleicht auch noch ganz interessant, ist natürlich, man hat jetzt die Möglichkeit bei dem 5S mit dem Burst-Mode und mit der Slow-Motion jetzt Videos und Bilder langsamer aufzunehmen in einer mit 120 FPS, glaube, kann man die Bilder aufnehmen und damit hat man die Möglichkeit über Slow-Mo-Videos sozusagen wirklich Details einzufangen, langsam durch das Video sich zu bewegen und, ja, noch bessere Fails aufzunehmen, sag ich jetzt mal. Ja, hier hat sich jetzt weniger getan, Guziri ist natürlich weiterhin an Bord, ja, Power & Battery, da hat sich natürlich in der Richtung da geht es natürlich immer weiter, haben wir keinen Unterschied zwischen dem iPhone 5S und dem iPhone 5C, aber ich denke mal, wenn man das Thema vergleicht, überall sind so circa zwei Stunden, bei Standby sogar 50 Stunden drauf gekommen im Vergleich zum iPhone 4S. Also, wir wissen ja alle, batterietechnisch sind die Geräte, das ist immer eigentlich die Schwachstelle aller multimedialen Geräte, die auf dem Markt sind, ich denke mal, die Weiterentwicklung der Batterie hat auch die Ursache, dass viele Ölkonzerne immer immer die wirklich Innovationen auf dem Batteriemarkt sofort aufkaufen, damit in der Richtung weiter nichts passiert, kann man jetzt vielleicht nicht direkt die Verbindungen sehen, aber man muss ja wirklich deutlich sagen, so besser die Batterien werden, egal jetzt im Smartphone oder im Auto, für den Ölkonzern, schädigt das natürlich, wenn beispielsweise in einer Woche dann nur noch Elektroautos durch die Gegend fahren und dadurch weniger Benzin verkauft wird und das ist natürlich eine Katastrophe für Ölkonzerne und deswegen geht natürlich überall so ein bisschen das so durch die Luft, dass die Ölkonzerne da auch ein bisschen die Hand mit dem Feuer haben und sofort alle Innovationen mit aufkaufen, damit bloß keine supergeilen Batterien auf den Markt kommen können, die beispielsweise einen Akku von so einem Smartphone auch mal vielleicht mal paar Monate am Leben erhalten lassen. Aber das ist jetzt nur so aus der Gerüchteküche mal so nebenbei, soll uns jetzt nicht weiter stören. Ich sag mal kurz zu der Batterie nochmal, finde ich klasse, dass sie hier mal ein bisschen nach oben sich verbessern, ich sag mal 10 Stunden 3G, ich sag mal wer ein iPhone benutzt, der weiß das, der steckt das jeden Abend an seine Ladestation, da hat er früher mit seinem Nokia 2510 denke ich mal weniger Probleme gehabt, aber gut, das ist nun mal einfach bei den aktuellen Smartphones so, da hat Android bzw. Samsung auch nichts Besseres zu bieten oder Google ist nun mal einfach der Status, dass der aktuellen Wicklung der Batterie sag ich mal einfach noch recht viele Steine in den Weg gelegt werden. Gut, Sensoren, haben wir natürlich hier den Fingerprint Sensor, den wir bei dem Homebutton versteckt bekommen haben, was natürlich sich auch nur dem iPhone 5S vorbehält, SIM-Karte natürlich hier überall die neue Nano drinne, beim 4S ist es noch die Micro, also sprich alles sehr winzig. So, Connector ist bei den neuen Geräten natürlich Lightning, der kleine Pin und bei dem alten 4S natürlich noch der 30 Pin. Die Meinungen gehen manchmal so ein bisschen auseinander, was jetzt nun besser oder schlechter ist. Ich sag mal, bei dem alten 30er Pin, da hat man wirklich robust noch was reinstecken müssen, da hat man mehr Haptik gehabt, bei dem kleinen Lightning macht es auch noch so ein bisschen klack, mir gefällt am Lightning persönlich nicht aber besser, dass man ihn natürlich so reinstecken kann, wie er will. Es ist egal, wie rum ich ihn reinstecke, ich muss nicht nachts fummeln, oh Mist, Fallschirm, knack, knack und wieder irgendwie was in dem Auflade-Ding da abgebrochen. Ist mir noch nicht passiert, aber wenn man beispielsweise den 30 Pin Fallschirm reinsteckt, dann hört sich das jetzt nicht so geil an. Von daher, ich bin Freund des Lightning, Lightning Adapters, gehen aber die Meinungen teilweise auch ein bisschen auseinander. So, das waren jetzt eigentlich auch hier einmal im schnellen Durchlauf, was heißt schnell im Durchlauf, einmal die Vergleiche zwischen den Geräten, ich sag mal, iPhone 5S für 100 Dollar ohne Vertrag mehr, sag ich mal, da hole ich mir kein 5C mehr, mit dem Fingerprint Sensor, den finde ich total geil, Kamera ist besser, Prozessor, neue Generation mit dem zweiten Prozessor werden Gesten ausgesteuert, iPhone 5C, schicke Farben, trennen die, Entschuldigung, trennen die und auch natürlich am Zahn der Zeit, iPhone 4S wird für mich jetzt das, sag ich mal, das Einsteiger-iPhone für alle Leute sein, die fragen, ich hätte gerne mal ein iPhone, möchte aber nicht gleich 600 Dollar bezahlen, ich denke mal, da ist man mit dem iPhone 4S vielleicht auch im gebrauchten Bereich recht gut zu Gange, Einziges Manko, was ich wirklich bei dem 4S noch sehe, ist jetzt nicht, dass es noch den alten 30 Pin hat, sondern eher, dass es noch das kleinere Display, das 3,5 Inch hat und ich muss wirklich sagen, wer einmal mit dem 4 Inch gearbeitet hat, damit zu tun hat, der ist damit wirklich sehr zufrieden. So, jetzt gucken wir doch nochmal, ich gucke mal kurz, ob ich das hier nochmal schnell für euch habe, 5S und für das 5C, ich schaue hier einmal kurz für euch noch in den Store, wir haben nämlich natürlich hier auch die neuen Cases, die möchte ich euch einfach nochmal zeigen, das hier ist sozusagen einmal das für das 5S und für das 5C, man kann hier ganz gut drauf erkennen, es gibt dieses Case in verschiedenen Farben, beim 5C ist es so gehalten, dass hier überall so Lochpunkte, ihr seht das besser, ausgestanzt worden sind und das ist eine schicke Sache, aber jetzt kann ich beispielsweise mal sagen, ich möchte gerne mein iPhone 5C, was vielleicht in schwarz ist, mit einem weißen Case kombinieren und so hat man wirklich viele Variationsmöglichkeiten zwischen den Farben, macht Spaß, kann man sich immer ein neues Case kaufen hier für 29 Dollar, die man sozusagen auch schon bestellen kann und sozusagen dann die Geräte damit kombiniert. So hat man immer einen frischen neuen Look, finde ich als Trendidee nicht ganz schlecht und es wird nicht so langweilig, sage ich mal. Aber gut, ist nur Zubehör, für 29 Dollar kann sich jeder selbst überlegen, ob er sowas braucht, einen Case kann ich sowieso immer nur empfehlen, ich bin kein Freund von Schutzfolien, weil ich finde, dann geht die Haptik des schönen Displays verloren, aber so ein Case oder so ein Raus-Rein-Zieh-Ding finde ich immer recht praktisch, von daher, ob man sich jetzt hier so eins holt in verschiedenen Farben, damit noch mehr auffallen möchte oder irgendwas Elegantes, was vielleicht nicht direkt auffällt, dem ist das selbst überlassen. So, ich würde sagen, ich habe genug erzählt, wenn ihr euch weiter noch informieren wollt, tut das direkt bei Apple.com, gibt es sehr viele schöne aufbereitete Bilder, so wie ihr es kennt und viele Informationen. Mein persönliches Statement, klar, ein bisschen enttäuscht war ich, dass die iWatch nicht gekommen ist, habe ich mir zwar schon gedacht, aber es wäre, sage ich mal, ein kleines Highlight gewesen. Wenn jetzt die iWatch präsentiert worden wäre, da hätte keiner mit gerechnet, das wäre, sage ich mal, wieder so typisch Apple gewesen, hat aber nicht gepasst, ich bin auch lieber der Freund davon und sage, ich warte lieber noch ein Jahr, statt ein unreifes Produkt in den Fingern zu haben und mich dann darüber ärgere. Und wir kennen das ja nicht anders von Apple, da werden die Produkte wirklich bis aufs kleinste Detail ausgefeilt und keine unfairen Produkte released. Genauso gut Smart TV, denke ich mal, hier, Apple TV ist sowieso vom Band gewesen. Ich rechne nicht mal damit, dass das nächstes Jahr kommt, ich denke mal, nächstes Jahr wird erstmal die iWatch präsentiert werden. Apple TV zerschlagen sich auch noch ein bisschen die Geiste, ob das überhaupt sinnvoll ist, dass Apple sich an die Geschichte ranwacht. Ich persönlich finde das praktisch ein neuer Markt, ich hätte auch Interesse an so einem Gerät, aber ich denke, 2014, weiß man noch nicht, muss man abwarten. Ja, sonst allgemein nochmal zu den iPhones, die vorgestellt worden sind, schicke Geschichte, Fingerprint Sensor, denke ich mal, das hat noch keinen Smartphone Hersteller, da ist Apple wirklich wieder mit einer Innovation diesmal vorne mit dabei. Fand ich klasse, sollte man natürlich jetzt nochmal im Rückbezug auf das iPhone 5C sagen, der Unterschied von den 100 Dollar und dem Mehrwert dann zu dem iPhone 5S, was ich dann habe, denke ich mal, würde das iPhone 5C für mich nie eine Rolle spielen, weil der Preisunterschied zu gering ist, damit ich sage, gut, das lohnt sich jetzt auf die Details zu verzichten und dafür etwas zu sparen. Es sind nur 100 Dollar, von daher sage ich mal, uninteressant, wenn man sich schon so ein teures Smartphone kauft. Denkt mal, das neue Einsteiger-Smartphone wird dann das iPhone 4S sein. So, damit auch die Schlussworte, ich verabschiede mich, ich hoffe, euch hat dieses kleine Review von, für die Apple Keynote gefallen, ihr konntet noch Informationen aufschnappen, die euch vielleicht sonst entgangen wären, würde ich sagen, dann bis zum nächsten Video. und dann bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.